Hallo zusammen, ich habe hier ein Wohnmobil von Adria, ein Neptun Edition und hier hat die Kaffeemaschine zu wenig Platz und der Kühlschrank kühlt zu wenig und er ist sowieso zu groß. Das schauen wir aus der Nähe an. Drin war dieser Tedford Kühlschrank, Band links, also die Scharniere auf der linken Seite und jetzt haben wir den rausgenommen und haben Kompressorkühlschrank eingesetzt. Von hinten sieht das so aus, wir haben den Gasanschluss zu gemacht, hier ist der 230 Volt Anschluss und hier ist der 12 Volt Anschluss, wo der neue Kühlschrank dranhängt, ein Wemo 96. Wir stehen jetzt hier in der Küche, vom Eingang her gesehen, hier und der andere Kühlschrank, der war links Anschlag. Man ist also jedes Mal um die Tür rumgelaufen, um ihn zu befüllen und er stand dann auch so im Wege. Jetzt dieser Kühlschrank, der ist viel kleiner, ihr seht das Loch hier. Hier hat es eine Fläche, da wünscht der Kunde sich eine Kaffeemaschine. Er sagt, ich brauche nicht so viel Kühlschrank, aber ich brauche eine Kaffeemaschine und wo stelle ich die hin? Wenn wir jetzt hier in die Küche gucken, ja es hat einfach keinen Platz um vernünftig eine Kaffeemaschine hinzustellen und der Kunde sagt jetzt hier muss Platz sein für eine Kaffeemaschine. Es kommt noch ein Tabler hin, hier kommt ein Deckel hin und die Steckdose, der 220 Volt Anschluss, das ist noch nicht klar, würde ich hier empfehlen direkt hier eine Steckdose zu setzen, wo auf den Anschluss von 230 Volt vom Kühlschrank geht. Das ist der 96N. Wir haben ein kleines Eisfach. Das ist hier vom Wohnmobil und hier verlinke ich euch einen Kühlschrank, den 96N, den wir jetzt hier verbaut haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gut, hier gibt es einen Schrank. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut